Die neue Promo ist da, ihr habt es gerade im Loading-Screen gesehen, welche Spieler das sind, unter anderem Salah, unter anderem Kazele, unter anderem ein Hernandez und deshalb würde ich sagen, gehen wir rein in die Packs. Zehn Stück habe ich einmal vorbereitet, Prime Go-Spieler-Pack in Kleinfreunde, das sind Topper-Team-Packs und einmal meine Foot-Champions-Packs, beziehungsweise die Playoff-Rewards einmal dazu. Wir fangen an mit einem Harvards, jawohl, Ex-Rule-Breaker sozusagen, 84er-Rating, ja, den nehmen wir natürlich gerne mit, tradable, why not. Und dann gehen wir rein in das nächste Pack und dann, wie gesagt, schauen wir uns gleich noch die Teams an, aber natürlich auch die SBCs. Prime Go-Spieler-Pack in Kleinfreunde, machen wir jetzt erstmal die tradable Packs auf, beziehungsweise sind ja alle tradable, aber erstmal jetzt hier quasi die aus den Topper-Team, Calabria, nehmen wir natürlich mit. Also alles SBC-Futter, wenn es nicht gebraucht wird und dann seltenes Gold-Spieler-Set in Kleinfreunde, come on EA, zeig uns was Gutes. Es geht wieder nach rechts, wir können es skippen, keine Special-Karte, Baumann wird's, boah, den habe ich ungelogen schon 20 Mal, glaube ich, gezogen. Falls ihr natürlich schon Packs auch vorbereitet habt, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie eure Pack-Rewards aussahen. So, was haben wir hier, 75 seltenes Spieler-Pack, okay, kann auch was drin sein, man kann ja Glück haben, man kann ja Glück haben. Also man darf es auf jeden Fall nie unterschätzen, aha, perfekt, oh, ich dachte schon, perfekt, das ist ein Duplikat, das wir diskaten müssen, das wäre natürlich böse gewesen. Gehen wir rein in das kleine Elektro-Spieler-Pack. Auch kein neuer falsche Positionsspieler. Ist jetzt ganz komisch, falsche Positionssatz zu lesen, sonst ist es halt out of position im Loading-Screen gelesen. Und jetzt aufs Deutsche übersetzt natürlich die falsche Position. Prime-Gold-Spieler-Pack in Kleinfreunde, wow, warum nicht? EA, warum denn nicht? Ne, aber in diesem Fall kein Pack-Lack. Paillet, oh, ich dachte schon, in der falschen Farbe, keine Goldkarte, was ist das für eine Special-Karte, aber nein. Und dann haben wir jetzt noch hier diese vier Packs, zwei seltene Gold-Packs, ein gemischter Spieler-Pack und ein Prime-Elektro-Spieler-Pack noch. Gehen wir mal rein. Also, vier to go, alle guten Dinge sind drei, vielleicht ist ja was in den letzten drei Sets drin. Man weiß es nicht, One-Beat-Sucker und weiter geht's, Prime-Elektro-Spieler-Pack, 80 plus garantiert, komm schon EA. Will nicht, Spanien, Spain gleich Payne, wie man so schön sagt, Holly Alvats zumindest was, ein bisschen an Rating, sympathisch, nehmen wir mit. Und dann jetzt noch zwei seltene Gold-Packs, komm, zwölf seltene, oh mein goodness, zehn Packs aufbewahrt für nix EA, ist es euer Ernst? Smart-Tipp jetzt, komm, 84er, 83er, ein bisschen Rating, vielleicht ein Susu, Masrahi, lass es ein Fofana sein, egal. Irgendein. Ach, come on. Da sparst du halt wirklich zehn Packs an für die neue Promo-Freunde und du ziehst halt wirklich keine einzige neue Special-Karte, es ist einfach böse. Es ist wirklich böse. Zwei Shadows zumindest, das Highlight, das Highlight aus den zehn Packs, Wahnsinn. Einfach crazy. Lasst mich gerne wissen, was habt ihr in euren aufgesparten Sets drin, schreibt es mir rein in die Kommentare. Also später. Untertitelung des ZDF, 2020